Hallo meine Lieben. Ja, es ist Postzeit. Ich habe Post bekommen heute. Meine erste Bestellung von acht Stück sind angekommen. Und es war in dieser Verpackung. Ich habe die erste Angole dreht, damit man meine Adresse nicht sieht. Und mein Diamond-Hating ist da. Yeah. Das ist das Bild. 30x20. 30x20. Genau. Ich suche euch mal ein bisschen ran. Das ist das. Mit einem Toolkit. Und ein Backplätzchen. Achso, das war noch so eine Folie drin. Und hier sind die Tüchchen. Fünfte Farben. Und das machen wir euch mal dann mal noch auf. Blödsinn ist ein Teil der Gebäude. Wir haben einen Teil der Gebäude. nicht. Aber so wie das. Muss ich mir immer selbst befinden. Das ist nämlich jetzt von Wish. Also, ich guck jetzt einmal. Da hat sie auf jeden Fall schon mal ne roter verhaut. Ich hab ja jetzt hier eine kleine Legende. Da muss ich mich nachher noch mal beschäftigen. Aber, das sind die Farben. Nun muss ich mir die Legende selbst raussuchen. Da guck ich mal selbst nachher mal. Und, ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal bei Wish dein Handy bestellt habt. Wenn ja, ist auf jeden Fall voll drin. Dann, da wir ja noch Zeit haben, kann ich euch noch die Sachen von Teddy zeigen. Ich war nämlich gestern noch bei Teddy, obwohl sie eigentlich gestern schon abgelehnt haben. Aber, ich hab gestern nicht mehr geschafft. Ich hab mir den Stilab umgekauft gestern. Also, wenn ich dann nicht schlafe, esse ich. Das war jetzt nicht geplant. Darf ich auch meinen Fernseher an. Die. Bei mir macht sie total alles selbstständig. Die. 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 Und dann habe ich mir drei Blöcke drauf. So. 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 2€ und die Stilas haben alle aus... die beiden haben 1,2€ kostet, dann haben alle Stilas 1€ kostet. Und der hat 2€ kostet, das sind A5-Block. Dann habe ich einen 14,8x14,8-Block. Die Motive. Und da konnte ich nicht vorbei gehen. Ein 15x30-Block. Da habe ich aber was vor. So meine Liegen, das war der Haul. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.